Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. Herr Singer, Sie wollen uns heute eine moderne Art von Sesselofen vorstellen. Ich wollte Ihnen diesen Ofen zeigen. Und zwar ist das unser Sesselofen, der neue Möglichkeiten hat, nicht nur, sage ich mal, die Platte gut zu nutzen, sondern auch das Feuer zu sehen mit einer schönen Tür, wo man einen richtig tollen Blick aufs Feuer hat und in dem Bereich auch diesen Ofen beschickt mit den Holzscheiten. Die Bedienung ist sehr leicht mit einem schönen Einstellhebel, in dem Fall manuell. Das wäre auch die Möglichkeit, das Ganze noch mit der elektronischen Ofensteuerung auszustatten und den Ofen da noch einen höheren Wirkungsgrad zu geben und noch mehr Speicherwärme auszustatten. Der Sesselofen zeichnet sich aus über die Möglichkeit, Speisen auf der Platte zuzubereiten. Und dann werden aber die Rauchgase, was ja heute wirklich wichtig ist und was man gerne nutzen möchte, über die scharmottige Mauer und Züge an den Kacheln geben die Rauchgase die Wärme ab, die Kachel speichert die Wärme und gebe die über zwölf bis vierzehn Stunden als angenehme Strahlungswärme an den Aufstellraum ab. Wie feiert der alte Kochofen Renaissance? So ist es. Der hat wirklich eine Renaissance. Wir haben auch so eine hohe Nachfrage an Öfen, die auch mit Heerplatte ausgestattet sind. Kann man nachträglich nur einbauen? Und wie lange dauert es dann? Also diese Öfen kann man auch nachträglich installieren. Voraussetzung ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn der Schornstein schon vorhanden ist. Der Ofensetzer braucht ungefähr eine Woche, dass man sowas dann komplett eingebaut hat. Das ist eine gute Möglichkeit, das dann auch nachträglich zu machen. Was hebt euch von den Mitbewerbern ab? Das ist im Prinzip natürlich das Thema, dass wir mit unserem traditionellen Material arbeiten. Die Kachel ist das, was wirklich den Ofen auch auszeichnet. Ein Kachel ist individuell gestaltbar, ist individuell von der Größe her anpassungsfähig und ist ein Material, das nicht nur sehr traditionell eingesetzt werden kann, wie hier, sondern auch in einer ganz modernen Optik. Wir bauen Öfen mit Putz, mit Keramik, mit Stahl, mit vielen, vielen Materialien. Und da hat man halt eine tolle Möglichkeit. Und das ist natürlich schon unsere Stärke, dass wir das individuell einsetzen. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark